Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Mac & Moor. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr Linux Installationsimages so verändern könnt, dass ihr sozusagen euer eigenes Betriebssystem daraus bauen könnt. Bevor ich euch nun zeige, wie das geht, möchte ich zunächst erst einmal erklären, warum man das denn überhaupt machen sollte. Grundsätzlich kann ich ja einfach ein beliebiges Installationsimage von meiner Lieblingsdistribution nehmen, das auf meinem Rechner installieren und dann alle notwendigen Anpassungen einfach vornehmen. Wenn man das Ganze auf ein oder zwei Systemen macht, dann ist das so wahrscheinlich auch die bessere Variante. Wenn man aber das Ganze auf mehreren Rechnern installieren möchte oder gar an ganzen Umgebungen, dann eignet es sich deutlich besser, ein eigenes Installationsimage zu erstellen, was bereits diese ganzen Änderungen mit sich bringt. Und genau dafür werden wir in diesem Video das Programm Cubic benutzen. Dieses ist standardmäßig nicht in den Debian oder Ubuntu Paketquellen enthalten, weshalb wir dafür einen PPA hinzufügen müssen. Und dafür öffnen wir uns als erstes mal unser Terminal und geben jetzt hier ein sudo apt-at-repository ppa-cubic-wizard-release. Die ganzen Befehle packe ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung, sodass ihr die einfach rauskopieren könnt. Jetzt müssen wir einmal unser Passwort eingeben und Enter zum Bestätigen drücken. Wenn er das Repository dann hinzugefügt hat, müssen wir noch den apt-key hinzufügen. Das können wir auch ganz einfach machen mit sudo apt-at-key, key-server, key-server-ubuntu.com und dann den entsprechenden Key. Und wenn das geschehen ist, können wir Cubic auch schon installieren mit sudo apt-get update und sudo apt-get install cubic. Dem ganzen dann noch mit J zustimmen und wenn das Ganze dann geschehen ist, können wir unser Terminal auch schon schließen. Und bevor wir jetzt Cubic öffnen, sollten wir uns erstmal einen Projektordner erstellen, in dem wir die ganzen Daten für unsere ISO denn reinspeichern. Dafür habe ich schon mal in meinem persönlichen Ordner den Ordner Cubic angelegt. Und in diesem Ordner habe ich schon mal ein Xubuntu 2004 Image vorbereitet, was wir gleich verändern werden. Mit dieser Vorbereitung kann ich nun Cubic öffnen und muss jetzt erstmal den Pfad zum Projektordner auswählen. Dafür klicke ich hier auf dieses kleine Ordner-Symbol und kann dann aus meinem persönlichen Ordner den Cubic Ordner auswählen. Jetzt kann ich hier oben auf Next drücken. Dann muss ich mir die ISO auswählen, die ich bearbeiten möchte. Dafür klicke ich hier auch wieder bei File Name auf diesen kleinen Ordner. Und das Ganze liegt ja bei mir im Cubic Ordner direkt drin. Also drücke ich das an und sage Select. Nun hat er die reingeladen, die ISO. Er kennt auch, dass das eine entsprechende Xubuntu ISO ist. Und jetzt kann ich erstmal das Betriebssystem in seiner Ausführung, in dem Namen und in dem Release halt bearbeiten. Volume ID würde ich grundsätzlich so lassen. Ich kürze das mal ab auf Xubuntu 20.04. Release kann ich ja sagen, ist ein Custom Fockel Fossa, also eine angepasste Version. Kann so drin stehen bleiben. Und der Disc Name lasse ich jetzt auch erstmal so. Ihr könnt das natürlich abändern, wie ihr wollt. Bei der Version, wenn ihr jetzt da was ganz eigenes macht, könntet ihr zum Beispiel beginnen mit Version 1 und dann immer anhand dieses Projektordners das Ganze weiterführen. Ich belasse das jetzt aber erstmal so auf den Standardeinstellungen. Wenn wir dann hier alles eingetragen haben, drücken wir einfach nur auf Next. Jetzt lädt er das Ganze rein. Und wir erhalten nun ein Live-System, in dem wir die ISO anpassen können. Es empfiehlt sich jetzt hier hauptsächlich erstmal dafür zu sorgen, dass die Standard-Software drin ist, die man eben ausliefern möchte. Bevor wir das aber machen, sollten wir erstmal Updates installieren. Und das können wir ganz einfach machen mit apt-get-update und und apt-get-upgrade. Und um den Kernel noch zu aktualisieren, apt-get-dist-upgrade. Dann dem Ganzen noch einmal mit J zustimmen und durchlaufen lassen. Wenn dann alle Updates installiert sind, können wir uns auch schon mit der Installation und Deinstallation von Software beschäftigen. Grundsätzlich könnt ihr hier alles machen, was ihr wollt. Ihr solltet aber keine Software mit Snap oder Flatpak installieren. Das wird in Kubik nämlich noch nicht unterstützt. Ihr könnt auch direkt Kernel-Updates durchführen, beziehungsweise neuere Kernel ausliefern. Das ist aber je nach Distribution, die ihr hier verarbeitet, immer etwas unterschiedlich. Zunächst erst einmal möchte ich jetzt hier ein bisschen Software installieren. Das mache ich ganz einfach mit sudo apt-get-install und dann den entsprechenden Namen des Programms. Ich installiere jetzt mal hier gedit und kate. Mit minus y kann ich das direkt bestätigen. Und wenn das geschehen ist, möchte ich noch Software entfernen. Bei Xubuntu wird standardmäßig GIMP ausgeliefert. Und um euch das mal zu zeigen, entferne ich das jetzt einfach mal. Kann ich ganz einfach machen mit sudo apt-get-auto-remove-minus-purge. Der Parameter purge ist insofern wichtig, dass wir ja wirklich eine saubere Installation oder eine saubere Vorbereitung machen wollen, sodass später kein unnötiger Müll- oder unwichtige Konfigurationsdateien mit installiert werden. Und dann einfach nur der Paketname, in meinem Fall GIMP. Mit minus y kann ich das wieder direkt bestätigen. Und wenn das geschehen ist, könnt ihr natürlich noch viel mehr hier anpassen an der Softwareauswahl. Für dieses Video soll das jetzt aber erstmal reichen. Jetzt gibt es natürlich so ein paar Standardeinstellungen, die man vielleicht noch mit ausliefern möchte. Beispielsweise einen vorkonfigurierten Firefox, ein bisschen angepasstes Interface. Und das können wir ja hier so aus der Commandline nicht machen. Und weil diese ganzen Einstellungen ja bei Linux im Nutzerverzeichnis gespeichert werden, müssen wir also ein initiales Nutzerverzeichnis ausliefern, welches dann für jeden später erstellten Nutzer die Vorlage sein wird. Und genau dafür habe ich jetzt hier schon mal in der Virtualbox unser Ausgangs-Subuntu-Image installiert. Und wir werden nun das Ganze so anpassen, wie wir es ausliefern wollen. Und dann in unserem Cubic als initiales Homeverzeichnis speichern. Beispielsweise gehe ich jetzt hier mal in die Einstellungen unter dem Punkt Erscheinungsbild und sage jetzt mal, dass die Oberfläche die Standard-Gnome-Oberfläche sein soll bei den Symbolen. Nehme ich auch mal jetzt hier beispielsweise die Ubuntu-Symbole. Und das soll es erstmal von der Anpassung her sein. Ich mache mal noch einen Rechtsklick auf die Leiste und gehe mal in die Leisteneinstellungen und verschiebe mir dann einmal die Leiste nach unten und sperre die wieder. Und dann öffne ich mir noch einmal den Firefox und gehe einmal hier in die Einstellung und fasse den ein bisschen an. Beispielsweise beim Punkt Starter-Seite soll er mir eine leere Seite anzeigen. Kurz-Informationen möchte ich nicht haben, weil der Suche soll er DuckDuckGo verwenden. Soweit soll es denn erstmal reichen. Ich beende das Ganze hier wieder alles. Und ihr könnt natürlich noch viel mehr Anpassungen hier machen. Ihr könnt noch ganz andere Themes installieren, die Programme noch viel weiter konfigurieren. Für das Video reicht das jetzt aber hier erstmal. Und nun muss ich im Prinzip dieses Home-Verzeichnis in den Kubik bekommen. Dafür öffne ich mir hier erstmal ein Terminal und muss jetzt mein Home-Verzeichnis erstmal komprimieren, dass ich es überhaupt aus dieser Umgebung rausbekomme. Das mache ich ganz einfach, indem ich erstmal mit cd-home ins Home-Verzeichnis wechsle und jetzt hier mit sudo tar-cf home.tar nenne ich das Ganze jetzt mal und dann der entsprechende Nutzername, bei mir heißt das jetzt hier vm. Mit diesem Befehl kann ich jetzt entsprechend mein Home-Verzeichnis komprimieren in eine tar-Datei. Mache ich jetzt einmal, muss ich mein Passwort eingeben. Und wenn das geschehen ist, habe ich jetzt hier entsprechend eine tar-Datei von meinem gesamten Home-Verzeichnis. Und diese muss ich jetzt erstmal auf meinem Rechner bekommen. Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Ihr könnt das über SSH, über FTP machen oder ihr ladet das Ganze einfach auf euren NAS oder in irgendeine Cloud. Ich für meinen Teil lade das Ganze jetzt erstmal auf meinen NAS. Dafür ziehe ich das einfach rüber. Und jetzt in meinem Computer öffne ich mir das Ganze einmal und muss dieses Archiv zunächst erst einmal entpacken. Jetzt habe ich hier mein Home-Verzeichnis. Das kopiere ich mir einmal und gehe dann in meinen Kubik-Projektordner. Dann in den Unterordner Custom Root. Jetzt hier in ETC. Und dann in das Verzeichnis Scale. Das ist der Pfad, wo bei Linux initiale Home-Ordner gespeichert werden. Jetzt öffne ich hier mir einmal ein Terminal. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ich nur den Inhalt von meinem Home-Verzeichnis entsprechend dort drüber kopiere. Das mache ich ganz einfach mit sudo cp-rav. Dann der Quellpfad. Das liegt bei mir auf meinem NAS in Slash Media. Und dann um alle Dateien zu kopieren, ein Punkt und ein Sternchen. Und das Ganze eben nach Slash Home-Nutzername. Da liegt ja dann mein Kubik-Projektordner in Custom Root ETC Scale. Das Ganze dann einmal bestätigen, das Passwort eingeben. Und wenn das Ganze geschehen ist, ist hier unser initiale Home-Ordner drin gespeichert. Und wir können das schließen und jetzt hier oben im Kubik auf Next drücken. Nun werden die ganzen Änderungen in unsere neue ISO geschrieben. Das kann jetzt je nach Rechnerleistung ein bisschen dauern. Und wenn das dann geschehen ist, fragt er uns hier schon, welche Pakete nach der Installation mit dieser ISO wieder gelöscht werden sollen. Wenn ihr hier nichts weiteres Spezielles einstellen wollt, könnt ihr das so belassen. Weil das sind dann halt die Standardpakete, die einen in dem Fall Xubuntu nach der Installation wieder löscht. Wenn ihr aber einen speziellen Installer hier mit ausliefern wollt, oder vielleicht sogar einen eigenen, dann müssen eben diese Pakete entsprechend angepasst werden. Ich für meinen Teil habe das jetzt hier nicht gemacht. Deshalb drücke ich einfach nur auf Next. Und jetzt muss ich auswählen, welchen Körnel ich ausliefern möchte. Natürlich liefere ich hier den aktuellsten aus, den ich gerade abgegradet habe. Wie vorhin schon erwähnt, könntet ihr natürlich auch eigene Körnel oder neuere Körnel mit diesem ISO ausliefern. Ich kann auch hier noch die Boot-Config anpassen. Das muss ich jetzt aber nicht machen, weil ich wie gesagt hier die Standardwerte von diesem Xubuntu behalten möchte. Also drücke ich jetzt hier nun auf Next und kann jetzt auswählen, wie gut komprimiert diese ISO sein soll. Das standardmäßige G-SIP liegt genau in der Mitte. Also das ist sozusagen der Kompromiss aus Geschwindigkeit und Komprimierung. Je nachdem, wenn ihr hier eine höhere Komprimierung wählt, wird natürlich später auch die Installation etwas länger dauern. Dafür habt ihr aber eine kleinere Datei. Ich belasse das jetzt also hier beim G-SIP und drücke einfach nur auf Generate. Nun dauert das wieder je nach Rechnerleistung ein paar Minuten und am Ende erhalten wir hoffentlich unsere fertige ISO. Bei mir hat das Ganze nun etwa drei Minuten gedauert und wenn ich jetzt auf Finish drücke und dann auf Close, kann ich jetzt einmal meinen Projektordner öffnen und sehe nun hier meine angepasste Xubuntu ISO. Diese kann ich mir natürlich jetzt gleich auf einen USB-Stick verfrachten oder man testet das Ganze auch erstmal in einer virtuellen Maschine, ob das denn überhaupt funktioniert. Das ist auch der Weg, den ich euch empfehlen würde. Deshalb habe ich jetzt hier schon mal VirtualBox geöffnet, erstelle mir hier mal eine neue virtuelle Maschine, nenne ich jetzt einfach mal nur Test, wähle dann hier aus Typ Linux, Version ist jetzt mal hier ein Ubuntu 64-Bit. Arbeitsspeichergröße stelle ich mal auf 2 GB, erzeuge ich mir eine Festplatte. Ihr müsst auch beachten, dass die meisten angepassten ISOs ein bisschen mehr Speicherplatz bei der Installation benötigen. Stellen wir das mal hier auf ungefähr 30 GB und dann legen wir hier beim Massenspeicher unsere Xubuntu ISO ein. Jetzt starten wir das Ganze mal und das sieht schon mal ganz gut aus, er lädt schon mal alles rein. Und jetzt startet hier auch schon der Installer. Ich installiere das Ganze mal auf Deutsch, möchte jetzt hier weiter keine Sachen mit installieren. Die Festplatte soll er löschen und das Ganze installieren, ist ja bloß eine virtuelle Maschine. Dann vergebe ich hier noch schnell ein paar Benutzerdaten und dann beginnt auch schon die Installation. Wenn das Ganze dann installiert ist, starte ich die Maschine einmal neu. Und dann sehe ich jetzt hier, dass alle Änderungen, die ich im initialen Homeverzeichnis vorgenommen habe, übernommen worden sind. Also die Anordnung der Menüleiste, das Thema, das Symbolthema wurde übernommen. Und sogar der Firefox mit seinen Einstellungen wurde hier entsprechend übernommen. Er macht mir standardmäßig einen neuen Tab auf und die Suchmaschine ist DuckDuckGo. Also wir sehen eine sehr einfache Methode, sein Installations-Image anzupassen. Grundsätzlich müsste das mit allen Linux-Distributionen funktionieren. Vorrangig natürlich mit Ubuntu-basierten. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen damit in die Kommentare schreiben. Das war es dann jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Denn ich sage wie immer, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.